servus youtube und willkommen zurück bei mir auf den kanal und zwar gibt es heute wieder ein unboxing und nach langer zeit und etwas druck machen hat es pass on out in anführungszeichen crossbox endlich geschafft mir meine batman files superman box zu senden entschuldigen für den versprecher die schon im februar bezahlt wurde und ihm jetzt geliefert werden hätte soll heute haben wir den 20 mai also sie sind recht früh dran ironie an ironie aus wie auch immer dann schauen wir mal was wir hier so in der box haben und ob die box diesmal ihr werbeversprechen halten kann das werbeversprechen seht ihr ja im screenshot dann den ich zum schluss einfüge und dann rechnen wir auch zum schluss mal ab was die box im endeffekt wert ist mal schauen was da rauskommt oder ob es wieder so ein reinfall wird wie die deadpool box gut ich habe jetzt ziemlich günstige preise gerechnet bei der deadpool box man kann auch höhere preise rechnen aber ich sage immer man kauft eigentlich auch so ein dass man immer günstigste einkauft aber ich werde diesmal berücksichtigen und schauen was drin ist und dann schauen wie ich die preise berechnet es gibt alle angaben wo die preise herkommen oder wie sich die preise zusammensetzen also würde ich sagen fangen wir mal an ich habe hier das taser von schon durch geschnitten jetzt muss ich nur noch die box öffnen und ihr seht schon hier sehe ich jetzt mal viel zettelzeug es ist ein anschreiben dabei und zwar liebe crossboxer wir möchten uns hiermit wieder mal bei dir für die verspätete lieferung entschuldigen wir wünschen euch trotzdem viel freude mit der wahre und hoffen euch gefällt der inhalt dein ex crossbox team da schauen wir mal ob das die box hält was auf der werbung versprochen wurde apropos werbung wir haben wir werbung für vienna comics also sowas wie eine comic-con in wien 8 und 9 oktober dann haben wir hier noch mal eine werbung die kreis am 18 6 dann eine werbung für den vorverkauf ticket für verkauf ab 2 mai auf warcraft film.de was haben wir denn hier noch noch mal werbung comic-con vienna also auch wieder wien wenn wenn ich so richtig habe am 11 9 so das dürfte jetzt gewesen sein mit der werbung ok dann würde ich sagen fangen wir mal mit den ersten artikeln und hier haben wir eine baseball cap offizielles snapback hat wäre result seit 1990 also diesen 1990 das ist das batman v superman logo schwarz das ist so silberlich gestickt es glänzten wenig man kann es leicht sehen hier nichts besonderes hat den üblichen plastik verschluss result core steht hier noch mal drin ok offiziell lizenziert also das ist schon mal was gebraucht am platz dass ich den preis einblend sieht eigentlich sehr gut aus schlicht aber dennoch ganz hübsch dann haben wir hier aus nächstes verpackungsmaterial ab in das schwarze loch dann haben wir hier obligatorische gummibärchen die haben sie ja immer drin gehabt die werden hoffentlich nicht zum preis gerechnet dann haben wir hier ein t shirt schwarz mit grauem druck the world's finest batman v superman battle of batman und superman eigentlich ein sehr guter druck die qualität ist t shirts scheint auch sehr gut zu sein ist auch lizenziert wie man hier sieht ist von souls aber scheint offiziell lizenziert zu sein also da würde ich jetzt mal so um die 20 euro rechnen da findet man meistens keine preise also rechnen einmal 20 euro ich habe die kapie hinter die box dann haben wir hier etwas größeres und etwas schwereres wir haben hier das badmobil aus 25 teilen zum selber bauen das ist ein bausatz metal die kost auch sehr nett auch sehr schwer scheint auch sehr qualitativ gut zu sein davon werde ich vielleicht wenn ich zusammengebaut habe noch mal ein video machen denn ich brauche immer etwas länger die box ist auch sehr schön gemacht lizenziert diese comics betten falls superman so sieht es dann zusammengebaut aus hat anscheinend einige bewegungspunkte ist ja schon mal was ist auch sehr schwer kommt vom jahr dort hoist.com das steht hier noch mal wer selber nachschauen will was es kostet auch wenn sie an kopf steht das sollte normalerweise gehen also stellen wir hier wieder ein scheint sehr schön zu sein hat auch den schraubenzieher dabei kommt mir gerade so hört mir gerade so auf dann haben wir hier bubble wrap ihr seht schon es ist wieder was figuren lastiges und zwar haben wir hier batman v superman underground toys exklusiv ja in europa ist das alles andere grand toys oder deutschland underground toys exklusiv die box scheint auch in einem sehr guten zustand zu sein war auch im bubble wrap eingewickelt also hier haben wir wenn sie superman das doppelpack batman in der action pose mit dem stand und hier batman ich weiß jetzt nicht ist es schaut mir ein bisschen so aus aber ich glaube nicht dass es die metallik version ist hier haben wir eine kleine beschädigung aber die ist mir jetzt nicht ganz so wichtig da werde ich euch dann den preis auch einblenden ob mir auf das geld kommt muss sagen von den artikeln her ja es sind jetzt im endeffekt vier artikel scheint mir für die versprochenen ich glaube 100 euro waren sie bin mir nicht sicher berichtigt mich oder ich berichtige mich selber ich blende euch am schluss das bild ein mit der zusammenstellung aber ich denke es waren um die 100 euro könnte knapp werden mit den 100 euro aber ich denke den preis den man bezahlt hat 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 man raus ja den sollte man raus haben wenn man jetzt nur mal grob rechnet 20 euro t-shirt 20 euro pops 20 euro das auto und 10 euro die cap oder so dann hat man den preis auf jeden fall schon mal die 70 euro die man bezahlt hat man hat keine 70 euro bezahlt also ich blende es ein was man bezahlt hat an dieser stelle aber dann hat man ungefähr 70 euro könnte man im plus sein aber wie gesagt die genaue aufstellung am schluss des videos und somit möchte ich mich natürlich auch für euer zusehen bedanken für kommentare bin ich auch immer dankbar und natürlich wenn ihr anregungen habt ihr letzt mal silent mike ich soll nicht die billigsten preise nehmen daran werde ich mich diesmal halten rechner mal durchschnittspreise und dann würde ich sagen lasst ein abo da wenn ihr neu seid und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder vorbei schaut wenn es ein unboxing gibt eine 1 zu 6 review oder sonst irgendwas von mir auf dem kanal auf jeden fall habe ich mehrere kategorien und sagt tschö bis zum nächsten mal und Untertitelung des ZDF, 2020